Was geht Leute? Mein Name ist Lote Danny P-P-P-Bönitsch Willkommen zu einem neutem Video von mir und Haptic Denn wir sind wieder hier am Start Sag mal Hallo Hi Das geht schnell Heute spielen wir mit normalen Waffen Es bedeutet also er ist wesentlich besser mit normalen Waffen Und ich starte mal das Spiel Das Prinzip ist genau dasselbe wie gestern Wer das Video von gestern nicht gesehen hat Link in der Beschreibung Dort kommt er auch Da haben wir 1 gegen 1 Sniper gemacht Und erklärt wie das Spiel funktioniert Es ist dieses Chubby Bunny Game Also ultra ultra witzig Nur dieses Mal mit normalen Waffen Und wie gesagt er ist viel besser mit normalen Waffen Als mit der Sniper Viel viel besser Das war wirklich der größte Nachteil den ich bekommen konnte Was für eine Empfindlichkeit bei normalen Waffen? Äh 6 Okay ja ich nehme auch immer 6 6 ist das Beste ne? Ja 6 ist das Beste Für die Leute die immer fragen 6 ist geil weil das klingt so ähnlich wie 6 Okay los geht's Gott Digga ich habe voll lange Oh verdammt Nein Oh ich merke schon Ich merke schon Oh mein Gott knapp Knapp Digga Okay 1 zu 1 Ab 3 muss man immer ein Chubby Bunny nehmen Ja wie viel schluckst du Was ist da los? Was du Opfer alter Schwede Nein Oh ich jetzt wissen müssen Das ist so klar Missgeburt Die Missgeburt Haptik Wo bist du gespawnt worden? Digga ich bin nirgendwo Ich kämpfe nicht Ich würde Ich wette du bist wieder beim blauen Auto Du liebst das blaue Auto Ja du hast recht Oh Gott ich habe mich geschießt Was? Was? Ich habe auch glaubt zu schießen Weil ich dachte du wirst schon down Ich hasse es Das nennt man die Hitmarker mitzählen Machst du das? Ja mach ich auch mal Wirklich? Im Kopf zählt man sie mit Ja ja Also die Hitmarker quasi im Kopf mitzählen Ja Digga ich will unbedingt dass du Als erster stirbst Äh dass du als erster stirbst Dann hast du einen Nachteil Und diesmal wirst du nicht gewinnen Let's go Ciao wie Bunny Richtig Ah fuck Ja du lagst da Ich dachte du wärst ne Leiche Du musst jetzt auch eins nehmen Ciao wie Bunny Oh was? Alter Schwede was zum Teufel Wo bist du? Im Haus Im Haus Nein Ich bin aber Fuck Ich muss sagen Ich bin eigentlich noch noch besser Weißt du? Ja ich auch Hab mich nur nicht eingewärmt Ja ich auch Hab mich auch nicht aufgewärmt Das ist ne scheiß Ausstelle du Pisser Nein Und ich hab Marshmallow Nein du bist da hinten Oh Mann Das war ein Trick Ich hab gewartet bis du Guckst aus ob ich da bin Ja auch Was? Jetzt kenn ich deine Tricks Nein Das kann nicht wahr sein Ich muss eins nehmen Du musst eins nehmen Du Du Ich Warum ich? Ich auch Ich muss eins nehmen Sorry keine Ahnung Was ich hab sechs Tone Ja ich muss eins nehmen Ja ich hab jetzt schon eins genommen Ich nehm jetzt schon eins für das nächste Ich hab ihr Bunny Wenn ich nochmal sterbe Hab ich schon einen Okay? Okay Das kann nicht wahr sein alter Fuck Man denkt man ärgert sich voll ne? Ja stimmt Weil man weiß man wird mit jedem einzelnen wird man schlechter Mit jedem wird man schlechter Weil man immer näher dran rankommt wieder einen schuppen zu müssen Wo bist du? Ey Leute ohne Spaß macht es mal Einfach nur so ihr denkt es ist leicht irgend sowas im Mund zu behalten Aber die sind so groß das glaubt man gar nicht Bist du wieder an deiner Ecke Danny? Nein es ist nicht so wie es aussieht Was ist es denn sonst? Es ist genauso wie es aussieht Das hab ich mir auch gedacht Ich hab immer recht Naja das ist eigentlich Ja irgendwann kommt der Tag wo du mal nicht schlechter ist Dieser Tag was? Was? Dieser Tag was? Oh mein Gott! Mann! Warum bin ich so schlecht gerade? Mann! Digga du hast meckert dass ich sei leise Ja du bist doch sowieso schlecht Ja ich weiß Danke Verdammt noch ein Tod und ich kann eine Shaggy Bunny nehmen Oh Gott war das knapp Scheiße Digga du kommst Es leckt wieder ein bisschen aber ist kein Problem Ja du leckst auch übertrieben Digga Ja? Hm Wieso leckst du? Ich weiß nicht Ah jetzt nicht mehr Jetzt kill ich dich einfach die ganze Zeit Hier der ist für dich Ich merke dir diesen gut denn den wirst du als nächstes auch schnuppen müssen Ja in ein paar Jahren vielleicht Und ein Zäuben Oh du bist da? Javi, Bunny Okay dann warte ich geh mal weg Ah Ey! Okay ich geh auch weg Ja ich geh weg Okay Wo bist du? Tot Du hast mich getötet Du bist doch schwung Ich bin gerade Ah fuck Es ist wirklich so Leute Wenn man sich Vorher kaum einwärmt Dann spielt man wirklich viel 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 schlechter Hm Es ist keine Auswahl oder so Überhaupt nicht Ich meine Es kann doch gar nicht schlimmer kommen Ich habe gerade drei Marshmallows im Mund Ich bin wieder Ich gewinne wieder Siehe ich noch schlimmer aus Ja siehst du auch so Ja siehst du auch so Ja ich habe's noch vergessen Digga Ich freu mich schon wieder, wie du kotzen musst. Ich freu mich schon wieder, wie du kotzen musst. Oh, ne, ey. NEIN! Ich muss einen nehmen, ne? Äh, ja. Der dritte. Joby Bunny. Läuft bei dir. Danke. Sag mir meine Mama auch immer. Hör auf, man. Mir läuft die Spucke raus, wenn ich lache. Wo bist du? NEIN! JA! Du kommst deinem Ziel näher. Aber ich kann dir versprechen, du wirst damit nicht durchkommen. Fuck. Oh, was? Das gibt es nicht. Ich weiß nicht. Kleinen Glück aber auch. NEIN! Oh. Einen Kill noch, dann muss ich einen nehmen, ne? Oh mein Gott, komm schon. NEIN! Geh doch down! Geh doch einfach down! Moin ich wieder einen nehmen? Ja. Ja. Warum grinst du so? Keine Ahnung, warum bist du so? Ich grinst nicht. Bei mir ist alles gut. Bei dir? Bei mir auch. Alles bestens. Besser geht's gar nicht. Weiter geht's. Ich bin physisch behindert gerade. Aber ich werde es trotzdem schalten. Denn mein Elan hat mich gepackt. Ich weiß gar nicht, ob man mich jetzt noch gut verstehen kann. Ich habe einfach nur 5 Marshmallow. Ich bin dir hinterher gerannt. Du kannst es nicht lassen einfach zu trollen, Digga. Du kannst es einfach nicht lassen. Ich bin da so bittig, ja? Ich bin so schlecht gerade. Nein! Besser für mich. Oh man, ich hätte wissen müssen. Fuck. Irgendwann, irgendwann hör mich ich auf und wir machen eine Revanse noch. Oh man! Ich muss einen nehmen, ne? Hm, noch nicht. Du musst dich nicht mit 12 für einen nehmen? Ja, stimmt. Nee, 12, 16, du musst einen, ja. Du musst jetzt? Hm, für den 16er. Nee, für den 15er musst du einen nehmen. Oder hast du den schon? Wie viel hast du im Mund jetzt? 13 Tote habe ich ja über erst. Ach so. Für den Trailer musst du einen nehmen. Aber 12, ich weiß gar nicht. Hm. Okay. Dann kommt jetzt der vierte dazu. So, wie bei dem... Herzlichen Glück um, Digga. Das ist wohl schwer, das so im Mund zu haben. Das wird schießen. Ja, fuck. Ich schwöre dir, Digga, man könnte jetzt so viele perverse Witze machen. Aber die werden nicht kommen. Ich warne euch Leute, ein einziger perverser Witz und... Sauenhams Leuchter. Im Leben. Ganz bestimmt, ja. Komm, bei drei schießen wir. Eins, zwei, drei. Mann! Ich habe einen Vorteil. Haha. Ja. Du bist wohl schlecht, Digga. Ja, ja. Ich bin gerade schlecht. Wir machen noch mal irgendwann eine Revanche, wo ich mich richtig drauf vorbereite. Nee, nee. Doch, doch, doch. Ja, ich muss bei 18 einnehmen, ne? Also, jetzt. Mhm. Sorry, Bonny. Okay. Mhm. Es wird schon enger im Mund. Bei mir auch. Jetzt schon. Oh, das ist nett. Ja! Ah, Mundsperre. Ja. Kennst du? Meine Kiefer verkrampft. Mhm. Ich muss bei einem einen nehmen. Ja! Aha. Das war schlecht. Ja, ich bin gerade schlecht. Ich kann, ich kann nicht. Ich habe auch zu, weil ich machen alles im Mund. Ja, euch auch. Das ist keine Ausrede. Fuck. Digga, ich kann nicht mehr. Oh, nicht. Bei mir passt nichts mehr rein. Mhm. Es passt immer. Du hast nicht passt. Das wird passend gemacht. Noooom. Ach fuck. Ich kann nicht sein. Du bist wieder hinterm Auto. Komm mal da weg. Hahaha. Ja. Ey, ohne Spaß, Alter. Da ist immer hinter diesem scheiß Auto da hinten. 21, weil 21 müsste ich nehmen. Ich, ey, ich war gerade um. Oh, ich muss nochmal. Boah. Es lebt. Es lebt. Kann das sein, weil ich Host bin? Willst du mal Host da noch sein, dann machen wir noch eins. Willst du mal da noch Host da? Ja, ja, ja. Dann noch mal, wenn die Zuschauer das wollen. Wo? Ich habe ausgespuckt. Echt? Ja. Endlich. Ich auch, oder? Warte, ey, das ist so eklig, Alter. Ey, ey, das ist so eklig, Alter. Ey, ey. Ey, ey. Dieses Gefühl, wenn... Es raus ist. Wenn man nicht mehr genug Volumen hat, und es drückt einfach überall gegen, und ich hab hier drin auch noch gerade eine Wunde, und dann brennt es da auch noch. Ich hatte das zu fast. Das war ja mein Heftigstes bis jetzt. Ja, oder wenn es hinten den Gaumen berührt, und dann immer diese Ohr-Bewegung. Ja, ja. Die werde ich noch an dir sehen. Okay, Leute, ich sag's euch. Wir machen das dann nochmal irgendwann, wenn wir Bock haben, Dinger. Also, wollen wir nicht jetzt noch eine Runde machen, und jetzt aber so machen, dass du mal Host bist, weil ich hab das Gefühl, du hast gelaggt. Ich hab das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, entweder bist du so schlecht, oder du konntest einfach nichts machen. Eins von beiden. Ich war mir aber nicht sicher. Ja, dann wird mal Host, Digger. Dann wird mal bitte Host. Okay, noch eine Runde, dann wirst du aber Host. Mir interessiert das einfach, weil ich war Host, er hat so ein bisschen gelaggt, und irgendwie hab ich mich, es kam mir so vor, als hätte ich einen Vorteil, deswegen freue ich mich gar nicht so richtig. Ich will immer Host sein lassen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.